Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Notion Tutorial. Es gibt ein neues Feature, SyncedBlocks heißt das Ganze. Und in dem Video möchte ich dir zeigen, wie SyncedBlocks funktionieren und natürlich, wie ich sie in meinem Business-Kontext einsetze bzw. einsetzen werde. Starten wir zunächst einmal, was SyncedBlocks eigentlich sind. Nutzen könnt ihr sie ganz normal über das Slash-Befehl. Da könnt ihr ja alle weiteren Funktionen von Notion nutzen, Texte, Pages und so weiter. Und da gibt es jetzt eben auch den Bereich SyncedBlock. Das klicken wir an und ihr seht, dann öffnet sich hier dieses rote Rahmenfenster. Was das bedeutet, das schauen wir uns an. Wir fügen erstmal Text hinzu, wir können auch Bullet Points. Also es ist ganz normal einsetzen, wie wir das sonst auch gemacht haben. Bullet Points, es können auch Grafiken hinzugefügt werden. Der große Unterschied ist folgendes. Immer dann, ihr seht auch noch den roten Bereich, wenn ihr draufklickt, ihr habt die Möglichkeit, entweder das Original zu verändern und diesen Bereich zu kopieren und zu synchronisieren. Und das machen wir jetzt einfach mal und synchronisieren das Ganze auf einer neuen Seite. SyncedPage neu, da wollen wir das Ganze mal reinkopieren und das machen wir. Und ihr seht, jetzt ist das hier entsprechend ebenfalls rot umrandet und mit dem Inhalt, den ich auf der anderen Seite geschrieben habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier Ergänzungen vornehmen, dann seht ihr links schon, was passiert. Das wird eben synchronisiert auf allen Seiten, die diesen Sync-Block quasi haben. Und so bin ich imstande natürlich, meinen Notion noch wesentlich produktiver einzusetzen. Ich habe ein Video bereits dazu gemacht, Global Blocks hieß das. Da habe ich mir eine Navigationsstruktur gebaut, wo ich auf meinen wichtigsten Seiten eben diese Global Blocks integriert habe und damit eine immer gleichbleibende Navigation geschaffen habe. Das Video verlinke ich auch noch mal in der Infocard. Das könnt ihr euch gerne noch mal anschauen. Mit Sync-Blocks geht das jetzt wesentlich einfacher und vom Prinzip her kann ich Sync-Blocks für verschiedene Bereiche einsetzen. Darauf komme ich später aber noch mal drauf zu sprechen. Also ihr seht, alles das, was ich an diesen Sync-Pages oder Sync-Blocks verändere, verändert sich automatisch in allen anderen Blocks auch. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das zu editieren, kann hier weitere Copies von machen an den unterschiedlichsten Stellen. Oder, was ich eben auch machen kann, ich kann es auch unsynken quasi. Das heißt, ich kann das kopieren und kann dann den Status einfrieren, dass eben es nicht aktualisiert wird. Das kann manchmal sinnvoll sein. Wenn ich dann FAQ-Bereiche oder sonstige Dinge, die möchte ich einfach nur zu bestimmten Themen, möchte aber, dass das quasi zentral gemanagt ist, dann ansynke ich das, wenn da weiterführende Fragen hinzukommen, dann gilt das für diesen einen Block eben nicht. Gut, springen wir noch mal zurück in meine Ursprungsdatei, hier diesem Sync-Block. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen bzw. diesen Block zu erstellen. Gleiches gilt natürlich auch und das werde ich in Kürze machen. Ich werde mir ja nicht nur meine Struktur, meine Inhaltsstruktur, meine Global-Blocks verändern, in Sync-Blocks ändern, weil es einfach viel einfacher ist, auch neue hinzuzunehmen und muss mir nicht eine URL rauskopieren. Das seht ihr in dem anderen Video. Das ist wesentlich einfacher und ihr könnt natürlich auch hier entsprechend dann, wie gesagt, Bilder, Emojis, was auch immer hinzufügen und das wird dann automatisch auch in den anderen Blocks entsprechend eingeblendet bzw. gleiches gilt natürlich auch für die Icons, wenn ihr da entsprechend hinzufügen wollt bzw. Emojis, dann könnt ihr die hier entsprechend hinzufügen und wenn ihr wollen würdet, könnt ihr die mit einem Link versehen, test.de, dann werdet ihr feststellen, dass der Link eben dort in meinem Sync-Block auf der anderen Seite ist und so könnt ihr wunderbar eine Navigation bauen. Kommen wir zu dem einen oder anderen Tipp und auch, wie ich Sync-Pages künftig in meinen Notion integrieren werde. Ihr wisst, ich habe schon mittlerweile doch ein sehr komplexes Notion, was ich mit dem Team nutze, deswegen schaue ich mir die Funktion erst immer an, deswegen gibt es das auch erst ein paar Tage später, um das Ganze auch noch besser einordnen zu können. Grundsätzlich ist es so, dass ich Sync-Pages eben als Navigation einsetzen werde, ich werde mir aber auch einzelne Templates damit bauen, denn es gibt ja immer wieder mal Templates, wo die gleichen Inhalte vorkommen und das Schöne ist, dann muss ich nicht einzelne Templates immer wieder neu anpassen, den Inhalt, Copy, Paste machen, sondern ich habe einen Sync-Bereich, der auf mehreren Templates gleich ist und den muss ich nur einmal ändern. Wichtig ist, und deswegen switche ich hier noch einmal zurück, dass ihr die Originalquelle euch merkt, denn hier habt ihr die Möglichkeit, das entsprechend unsync-for-all vorzunehmen, das heißt, ihr könnt hier noch einmal steuern, ob die Synchronisation für alle erfolgen soll oder nicht, während ihr, wenn ihr auf den einzelnen Seiten seid, dann könnt ihr das entsprechend für die jeweilige Seite bestimmen, also hier in dem Fall, ob dieser Unsync für dieser einen Bereich erfolgen soll oder eben nicht, aber nicht global. Und deswegen, mein Tipp, legt euch ähnlich wie ein Template, eine Sync-Page-Master-Section-Page, wie auch immer ihr es nennen wollt, an, das mache ich zumindest, wo alle Sync-Pages mit Toggles entsprechend aufgelistet sind und ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel hier globale Navigation, da kommt dann mein Sync-Bereich rein für die Navigation. Oder, was kann man noch machen? Für den FAQ-Bereich, ja, Frequently Asked Questions, wenn es für einen Support ist, wo er Kunden antworten soll, das heißt, auf bestimmte Textblöcke zurückgreifen soll. Oder ein internes Wiki kann da was an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen soll, kann zentral gemanagt werden. Ja, also wenn ich das dann hier entsprechend mir alles anordne, dann habe ich das sehr übersichtlich und habe hier die Original-Version, wenn ihr so wollt. Gleiches gilt auch für News-Bereiche. Ja, wenn ihr mit verschiedenen Bereichen, Abteilungen zusammenarbeitet, sind vielleicht die globalen News in den verschiedenen Sektionen extrem hilfreich. Das müsst ihr nicht mehr per Copy-Paste machen, sondern das könnt ihr über die Sync-Page-Funktion bzw. Blog-Funktion machen. Und so habt ihr das sehr, sehr schön organisiert und strukturiert und könnt Teams auch verschiedene Infos geben. Also zum Beispiel News-Marketing, News, ich weiß nicht, HR. Auch das könnt ihr theoretisch zentral managen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, hier eine entsprechende Master-Page für eure Sync-Blogs anzulegen. So mache ich es zumindest. Dann habe ich hier die volle Kontrolle und finde vor allen Dingen sehr schnell auch die jeweiligen Sync-Blogs wieder. Und bin nicht, jetzt muss ich gucken, das weiß ich nach Monaten vielleicht nicht mehr, habe ich das Original dort angelegt oder auf einer anderen Page oder, oder, oder. Und so habt ihr das Ganze sehr schön strukturiert. Ja, das war das neue Feature. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Seid kreativ. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin völlig begeistert. Das, was ich mit Global-Blogs gemacht habe, geht jetzt viel, viel einfacher. Und ich werde es an den verschiedensten Stellen einbauen und werde euch natürlich auch zu gegebener Zeit dann Einblick gewähren, wie das genau bei mir aussieht. In der Zwischenzeit freue ich mich natürlich über euer Feedback. Wie findet ihr die neue Funktion? Wie setzt ihr diese Funktion in Notion ein, ob im Team, ob alleine? Das würde mich natürlich wie immer interessieren. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dahin.